So Leute, ich begrüße euch zur weiteren Runde von MagicCraft. Wir sind wieder am Start. Letzte Runde haben wir ja... Ja, war eigentlich in Ordnung. War eigentlich in Ordnung, Run gemacht. Am Ende war eigentlich der Run ziemlich gut, aber wir hatten halt da einfach kein Leben gehabt. Dieser Run, wie gesagt, der Versuch auf Magic Bullet, aber ich kann nichts versprechen. Weil eigentlich wollte ich auch in letzter Folge Magic Bullet machen, aber es hat halt wieder Bumarang reingeschöpbert. Deswegen haben wir uns auf Bumarang geeinigt. Und diese Runde versuchen wir alles Mögliche auf Magic Bullet zu gehen. Wie sonst auch. So, Bumarang mache ich diesmal weg, weil ich nicht auf Bumarang gehen will, definitiv. So. Wir gehen auf Rold. Wir gehen auf! Langsam wie ein Schuh, macht aber nichts. Also für einen Fluch gehe ich da jetzt nicht rein, also das ist Verschwendung. Das ist gut. Das ist scheiße, ach man, jetzt muss immer dieser Kack da drin sein. Ah, Baggage Crew, wie schneller sein ist, Zeit, weiß ich nicht. Also irgendwie weiß ich nicht. Das sind zwei Kisten, what the fuck, was ist denn hier los? Aber für mich ist da was Gutes drin. Digga, also was ist das denn? Ja, aber das ist scheiße, weil Statuary muss ja stehen bleiben. Hallo? Ich habe schon noch. Ich nehme wieder den. Ja. 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 Ja, genau, nein. Stato ist jetzt zwar zweimal in einem Funke-Level, aber das ist halt Wasted dann. Deswegen habe ich noch keine Ahnung. Ich gehe mal auf Leben. So, 190 Leben müsste jetzt erst mal reichen. Au. Ey, Mann, diese Giftspinnen gehen mir so auf den Sack. Oh, boy. Oh, bitte. Das ist okay. Das ist nice. Vor allen Dingen auch noch wichtig, ne? Es sieht wirklich nicht gut aus. Beides, die ich nicht brauche. Jetzt gehen wir mal in den Shop rein. Das kann ja wohl nicht euer Ernst in mir. Okay. Okay. Das ist ja quasi in Israel, aber, what the fuck? Zumindest haben wir jetzt schon mal hier den. Nein, das ist nicht schlecht. Oh, das macht sogar auch die Baumstimme weg. Zum. Ah, das ist gut. Das ist okay. Das nehme ich mit. Das gibt es nicht, Alter. Okay, dann werde ich den nicht wegmachen. Oh, das ist gut. Das wollte ich. Zack. Und schon haben wir es. Jetzt fehlt natürlich noch der Double. Das ist gut. Jetzt haben wir auch Relikte. Das ist gut. Jetzt machen wir auch den Relikt-Gamage. Das ist super. Oh, guck mal, da ist doch der alte Räumschlid. Ei, ei, ei. Oh, guck. Ja, gut. Oh, Schop. Oh, Schop ist nass. Dankeschön. So, dann gehen wir mal auf Gold, denn wir haben kein Gold. So, dann gehen wir mal auf Gold. Okay. 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 Jetzt wird. Okay. Okay, ich gehe weiter auf Gold. Ups. Das war ja einfach. Wenn ich da jetzt einen Nebenraum bekommen könnte, ne? Jawoll. Da ist hier mal einer, guckst du da. Ich brauche noch was, was irgendwie, weiß ich nicht. Ein bisschen schneller macht alles hier. Und ich brauche noch den Navigation. Fast cool, aber wie soll ich die Kacke heißen? Danke. Na, ich brauche Navigation. Navi. Geh. Schön. Jetzt. Gib. Mir. Den. Deiner. Wunderbar. Jetzt sind wir schon gut ausgerustet. Nichts. Für mich. Es ist ein, da. Es ist ein, da. nicht schlecht wait what Wow, okay. Wow. That's crazy Wobei, das ist eigentlich gar nicht mehr so scheiße. Den bräuchte ich ja auch irgendwann demnächst. Oder jetzt sogar schon. Aber ich habe halt einfach kein Damage. Da geht so viel Damageflöten. Ich brauche nur einen Stab, der richtig geil ist. Okay. Das ist crazy. Ach du meine Güte. Okay, alles klar, Leute. Es geht los. Unamiluted Spells. Was? Unamiluted Spells. Nein, Digga. Geh mal nach Hause. Das ist auch noch okay. Doch, Max. NP ist nicht gut. NP haben wir echt. Das ist scheiße. Das ist okay. Könnte zwar ein bisschen nervig sein, aber für den Damage brauche ich alles. NP. Reduziert Max-MP 10% bei 200. Okay, die 20 nehme ich jetzt auch mit. Das ist schon wieder diese Scheiße. Oh, Mann, Leute. Oh ja, oh, nice, danke. Oh aber wo ich jetzt wirklich aufpassen könnte nämlich übel enden aber mama mia Relikt, wenn wir es jetzt irgendwie noch hinbekommen, den jetzt weiter aufzuwerten, dann ist dieses Game hier absolut GG. Besonder. Ist aber auch verdammt wichtig. Ist halt echt noch nicht zu viel. Ich meine, klar, wenn man vor, ich würde jetzt, weiß ich, Flamme oder so bekommen, also dieses, ähm, das ist eine Gedünste, diese Epical Lagerfeuer, wenn ich das bekommen würde, dann haut der Damage richtig rein. Aber das muss man halt erst mal bekommen, ne? Chor. Wieder im Chor, sehr gut. Sehr gut. Jetzt mal ein bisschen aufleben. Scheiße, wo will ich denn? Ich glaube, das Problem wird auch sein natürlich, dass, äh, das Mana irgendwann zu wenig wird. Ich habe nicht viel Mana. Das ist das Problem. Ach, nee. Ich habe keinen Bock auf diese Schuss-Trips. Was zum Henker ist denn da jetzt gerade passiert, Alter? Ich bin von A nach B, von B nach C, D, E, F, G angesprochen. Was ist das denn? Auch nicht schlecht. Kann man natürlich auch so machen. Oh, Pfander. Hängt mit. Ich habe halt keinen... Verlegt was heißen. Oh mein Gott. Ah, das ist der Fall. Ah, wobei, das ist auch gut. Nehmen wir trotzdem mit. Mehr Mana. Mehr Mana braucht das Land. Okay. Ich kann nicht Platz gucken. Ich kann nicht mehr. Ich habe nur diese Wirkung eingeliehen. Also, ich kann schon mal ausprobieren. Ich muss nur kurz in das Koffer noch her. In das Koffer noch enthalten. Oh ich bin, dass ich eine kleine Koffer noch suche machen kann. Ich habe nur noch was, weil ich meine Koffer noch nicht mehr gut mache. Nimmstrasil. Die Krise, ja ey. Dann wäre ich mit, auch wichtig. Nochmal. Fluchkiste, ich hoffe die ist jetzt auch tragbar. Max AP ist auf jeden Fall tragbar und Damage dazu, ach du Heiliger, das ist gut. Okay. 270. Ich weiß nicht ob ich den schaffen werde. Okay. Ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass der Damage so reinhaut, aber okay, alles klar. Ja. 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 Es ist halt wirklich High Risk immer wieder mit den auf Flüche gehen und so ist halt wirklich sehr hohes Risiko. Okay. Das Chest Relict. 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 Bitte den Nebenraum jetzt. Oh, danke schön. Habe ich das? Habe ich nicht. Schwab. Okay, ich brauche definitiv jetzt mal langsam wirklich einen besseren Stab. Das kannst du ja in dem nicht ausdenken. Das ist das Einzige, was ich jetzt momentan so hadert. Der Stab, der hadert halt hart. Das ist das ein bisschen, was ich jetzt auch mal so will. Untertitelung des ZDF, 2020 So, I'm going to talk about this There's a little bit of space Oh, I have no... I have no... I have no... I have no... Da wäre er gewesen... Okay, dann gehen wir mal auf Gelder... Okay... 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 Boah... Endlich... Kriege ich mal einen Trank mit einem besseren Boost... Meine Güte ey... Ich habe mir schon langsam Sonnen gemacht, dass ich da gar nichts mehr bekomme... Ich bin jetzt besser... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich bin jetzt... So, bitern... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Toll. Ich gebe dir ein. 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 Ich gebe dir ein.